Also erstmal nochmal vielen Dank für eure ganzen Kommentare, das hat uns jetzt nochmal richtig motiviert, das ganze Projekt durchzuziehen. Genau, das ist jetzt unsere neue Alufolie, 200 Quadratmeter für den richtigen Ballon dann. Ja, bei euren Kommentaren waren richtig gute Ideen dabei, da kommen wir später nochmal dazu und jetzt erstmal packen wir das alles aus und machen ein paar Tests, ob es funktionieren könnte. Also das hier ist jetzt unsere Spezial-Alufolie, falls ihr euch dafür interessiert, ist der Link unten in der Beschreibung, die ist etwa dreimal so dick wie normale Alufolie, die man so im Haushalt verwendet. Genau, und wir haben uns jetzt dazu entschieden, das Ganze nicht wieder zu tackern, weil das ja letztes Mal ausgerissen ist. Stattdessen haben wir jetzt ein hitzefestes Klebeband auf 200 Meter, das findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Jetzt testen wir erstmal, ob das Klebeband wirklich so hohe Temperaturen aushält oder ob das direkt abfackelt. Okay, das Klebeband macht auf jeden Fall jetzt schon mal einen richtig guten Eindruck und hat jetzt etwa 550 Grad locker ausgehalten. Genau, das Problem war ja auch noch, dass der Ring unten abgerissen ist und zwar testen wir das jetzt nochmal mit den Stücken, die sind etwa ein Zehntel so lang wie nachher der Ring und müssten deswegen so etwa 10 Kilo aushalten. Also theoretisch müsste das jetzt die Schiene halten. Das Schiene handeln. Die Schiene halten. Das war's für heute. 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 Das hat doch jetzt schon mal richtig gut geklappt. Immerhin sind wir schon mal kurz geflogen. Das Problem ist einfach, dass der Ballon die Wärme noch nicht richtig hält. Deswegen nehmen wir das nächste Mal dann zwei Gasflaschen zum Start und ich nehme eine zum Fliegen mit. Also richtig viele von euch hatten die Idee, dass wir ein Netz oben über den Ballon legen, dass das Gewicht dann besser verteilt ist. Das hat bis jetzt noch nicht geklappt, weil es einfach zu schwer geworden wäre. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonnieren und liken nicht vergessen. Oh shit.